Hier ist unsere Ruth, die kleine Ruth, die nachts bei uns im Bett geboren wurde, ne? Ja, nachts um drei oder halb drei. Die kam ein paar Tage später als Frieda. Ja, das ist, Ruth ist mit Frieda zusammen aus den neun Eiern, die ich da mitgebracht hatte, die im Nest waren, wo die Mutter weggegangen war. Aber die anderen haben es nicht überlebt, weil wir hatten ja Kalima, das war 45 Grad nachts um 24 Uhr oder nachts um zwei hatten wir noch 42 Grad so. Und das am Tag überlebt, überhaupt kein Nest. Gerade wenn die Mutter fehlt, die Eier sind brütend heiß gewesen. Und die habe ich alle mitgenommen. Und Frieda war ja die Erstgeborene am 29. August und Ruth kam drei Tage später. So, Rutili, jetzt kannst du gehen. Ja, jetzt habe ich dich auch drauf. So, komm. Na, komm. Na, komm. Und komm. Hopp. Ei. Und? Na, sie möchte doch auf dem Bett bleiben. Komm. Nein, nicht hinkacken. Hier, komm. Dich reinkacken. Komm. Na, los, dann komm. Komm runter. Sonst muss ich dich runtersetzen. Ja, Ruth ist nicht ganz so fit. Also, die springt nicht so gerne vom Bett. Gut. Normalerweise dürfen die nicht auf dem Bett sitzen. Aber jetzt wollte ich mal eben für euch Porträt-Videos machen. Alles klar. Bis bald. Bis bald.